Das hört sich gut an. Schöööön langsam töten. Blaster Rifles, Plasma Kanonen, Braille Guns, klingt wunderbar gefährlich. Komm. Ich hab einen dicken Haufen Fleisch. Wer wird dir gefallen? Echt? Fuck Fleisch? Das ist doch nicht. Money 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 Money. I need Money. Give me Money. Naja, wir könnten ja währenddessen schon mal hier hingehen, weil da gibt es natürlich auch Banditen. Ich glaube, das ist nicht allzu weit weg. Wer will den Zierruf laden? Ja. 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 Scheiße, keine Muni mehr. Geh mal einfach mal da rein. Hier muss es doch Muni geben. Munis. Keine Schilder die ich brauch. Jetzt hab ich ja nur einen Schluck auf. Hm. Keine Exkase. Blüh. Ich habe ihr den möckigen Bauch aufgerissen und ihre heißen Schreie galben mir. Nein! Mami hat für uns beide gebluten müssen wir uns eingehen. Du bist mein neues Fleischfahrer. Ah. Wow. Oh. Oh. Au. Stirb! Der Hammer! Aber ich gehe wieder auf meine normale Pistole. War das die? Ne. 63. Genau die war das. Der Hammer! Komm zurück wenn du da draußen fertig bist! What the fuck! Stirb! Der Hammer! 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 Warum hältst du so viel aus? Nein, 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 nein! Nein! Du verfickte Fickfi, du Kreiswigs! Was willst du tun? Wenn du an Bord denkst, dann denk an Markus Munition. Wundervoll! Möge es dich auf deinen... Ich bin sicher, dass wir das schon bald wiederholen werden. Schauen wir mal. Also wieder hinkommen und die Dinger umbringen. Die Wichswichtdinger. Nein! Oh Scheiße! Das ist ein Kamerjäger! Lass uns ohne für die Gäste! Wenn ein Männer! Ich mach mich unsichtbar! Opfer! Bleibt mir fern! Ich kann nicht glauben, dass ich einen Kamerjäger umlegt habe! Lege deine Wappen nieder! Wie höchst erbaulich! Wieder schnappt die Falle zu! Dein Tod steht bevor! Dein Tod steht bevor! Und natürlich hier mit dem hier! Ach, nicht nachladen! Du gehörst jetzt mir! Vergiss es! Oh! Hmmm.... Jetzt bin ich frei! Okay.